Gute Zeiten, schlechte Zeiten, GZSZ, Vorschau, Brandstiftung, Laura will sich an gerne rächen, und Moritz knöpft sich Yvonne vor. Okay. Liebe, gute Zeiten, schlechte Zeiten, Zuschauer, für alles, was derzeit rund um sie herum passiert, ist Laura, Krisenzi Kawasi, selbstverantwortlich. Mit ihrer fingierten Schutzgelderpressung hat sie nicht nur Jo, Wolfgang Barrow, Katrin, Ulrike Frank und Johanna, Charlotte Reschke, gegen sich aufgebracht. Auch ihre Mutter Yvonne, Giza Zach, hat endgültig mit ihr gebrochen. Ich störe dein Scheißglück. Darum willst du mich loswerden, warf Laura ihrer Mutter vor dem Kinderheim vor und zweifelte Yvonne Liebe an. Die holte zum verbalen Gegenschlag aus, weil du sie nicht fühlen kannst, Laura. Meine Liebe, sie fließt einfach durch dich hindurch, ins Nichts. Ich habe immer alles entschuldigt, was du getan hast, weil ich dachte, du bist, wer du bist, weil ich war, wer ich war. Ich will dich ein bisschen weniger selbstzerstörerisch, Laura, dass du nicht immer alles mit dem Arsch einreißt, was du dir gerade aufgebaut hast. Du hattest doch alles, was du wolltest, eine Familie, Freunde. Laura, alle lieben dich, wollen dir helfen, wollen, dass du glücklich bist. Du hattest doch alles, was du willst. Du hattest doch alles, was du willst. Du hattest doch alles, was du willst. Untertitelung des ZDF, 2020